Ein fantastisches Maler-Komplettzeit zu einem fantastischen Preis. Und Sie bekommen noch einige Teile gratis dazu, wenn Sie jetzt gleich anrufen. Zeigst du uns die? So, jetzt schau mal zu, Mel. Ich möchte dir was zeigen. Das hier ist die Teleskopstange. Die gibt es gratis dazu. Damit kannst du hohe Wände streichen, ohne zu spritzen, ohne Farbnebel. Siehst du das? Du brauchst keine Leiter. Ohne Leiter? Ich mach das ohne. Schau genau hin. Siehst du irgendwo Farbklecks oder Spritzer? Ich steh genau unten drunter. Schau auf meinen Kopf. Kein einziger Farbtropfen, aber es kommt noch besser. Schau. Du kannst es auch für Orten benutzen. Normalerweise muss man sich dazu erfreuen. Da aber füllt sich dein Rücken. Das Tuxedo-Painting-System ist wirklich sehr leicht zu handhaben, weil der Kraftaufwand wesentlich geringer ist als beim herkömmlichen Streichen. Zum Renovieren ist das Tuxedo-Painting-System einfach ideal, denn man streicht immer gleichmäßig und für eine riesige Fläche reicht eine einzige Füllung. Und das Beste, es spritzt nicht. Wirklich einfach und sauber. Was machst du da? Bevor ich anfange, die Walze zu reinigen, kannst du die restliche Farbe mit dem Farbbecher auffangen. Es geht also nichts verloren. Das ist nur ein Vorteil. Und wenn die Walze leer ist, können wir sie weglegen. Klar. Und? Verschließen ihn mit dem Deckel. Das ist einfach fantastisch. Da bleibt die Farbe drin, bis du sie wieder brauchst. Und ist luftdicht abgeschlossen. Hält also eine Ewigkeit. Weißt du denn, die herkömmlichen Farbwalzen lassen sich ganz schlecht reinigen. Genau, das dauert wirklich eine Ewigkeit, bis man die Restfarbe unter dem Wasserhahn herausgequetscht hat. Und wenn du denkst, dass die Farbwalze sauber ist und dann weglegst, fließt immer noch Restfarbe aus. Und dann ist sie hart wie ein Stein. Jetzt hast du einen Hammer, aber dafür keine Farbwalze mehr. Wie macht man diese Farbwalze sauber? Völlig anders. Und wie? Das lässt sich nicht vergleichen. Du ziehst ganz einfach den Überzug von der Walze. Die Walze kannst du auseinandernehmen. Toll. Hältst ein Teil unter fließendes Wasser, dann das andere. Und fertig. Dauert eine halbe Minute. Das Beste kommt aber noch. Das schätze ich am meisten beim Taxido-Painting-System. Das wäre? Das ist der Überzug. Den bringst du einfach wie ein Waschlappen unter fließendem Wasser aus. Das ist alles? Ja. Das war's. Das geht ja wirklich blitzschnell. Jetzt ist alles sauber. Und diesen Überzug kannst du immer wieder benutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Farbwalzen kannst du diesen Überzug wirklich vollständig reinigen. Und genau deshalb ist er auch viel länger haltbar. Er trocknet nicht ein, weil du die Restfarbe wirklich komplett ausspülen kannst. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich muss nicht ständig loslaufen und neue Farbwalzen kaufen. Außerdem freut sich dazu noch mein Geldbeutel, weil ich mit dem Taxido-Painting-System sehr viel sparen kann. Und das gefällt mir. Hervorragend. Bisher haben wir doch alle Wände mit diesem Überzug gestrichen. Genau. Hier ist der Floor ganz kurz. Richtig. Das ging doch wunderbar. Ja. Und jetzt machen wir das auch bei strukturierten Wänden. Womit? Mit dem Langfloor-Überzug, der auf die gleiche Walze passt. Und das funktioniert? Das Taxido-Painting-System ist ein System, das für alle Oberflächen geeignet ist. Jetzt streich mal das Mauerwerk, dann glaube ich dir das auch. Mach ich. Du wirst es ja sehen. Schau. Eine absolut gleichmäßige Farbschicht, die alles ablässt. Das ist ja wirklich unglaublich. Und das beim Mauerwerk. Wenn du das mit einem normalen Farbroller machen würdest, müsstest du hinterher noch mal alles mit einem Pinsel nachbearbeiten. Ja, das glaube ich. Und hier eine geprägte Tapete. Eine geprägte Tapete. Und da funktioniert das auch. Schau dir das an. Und Zeit spart. Und ganz ohne Pinsel. Das hier ist problematisch. Eine Holzverkleidung. Das muss man sich mal anschauen. Ja, das sind lauter Vertiefungen im Holz. Und das schaffst du auch? Ja, ich zeig's dir. Siehst du das? Wow. Ich fass es nicht. Übrigens müsste ich schon längst zur Farbwanne gehen, aber ich brauche keine. Und du siehst keine Spritzer hier. Absolut richtig. Wirklich erstaunlich. Das stimmt. Warte mal, die nächste Wand, die möchte ich gerne streichen. Die ist verdammt schwierig. Viele haben doch heute die Decken, die strukturiert sind. Eine ganz unebene Oberfläche. Mal schauen. Ah, einfach unglaublich. Schau dir das an, wie das abdeckt. Und ohne Pinsel. Das ist absolut perfekt. Mit diesem fantastischen Maler-Complettset macht auch Ihnen das Renovieren endlich wieder Spaß. Holen Sie sich jetzt Ihr Taxido-Painting-System. Schauen Sie nur. Sie bekommen ein umfangreiches Maler-Set. Und das tolle Bonus-Zubehör macht das Taxido-Painting-System für jeden Hobby-Handwerker perfekt. Also, worauf warten Sie noch? Sichern Sie sich jetzt Ihr eigenes Taxido-Painting-System. Greifen Sie zum Hörer und rufen Sie jetzt an. Ärgern Sie sich beim Streichen auch ständig über das unpraktische Maler-Zubehör? Und über das Klecksen und Spritzen? Jetzt gibt es ein professionelles Maler-Complettset, mit dem Sie so sauber, einfach und schnell arbeiten, das Sie sogar im Smoking streichen können. Das Taxido-Painting-System. Das perfekte Maler-Complettset für jeden Hobby-Handwerker, das kinderleicht zu bedienen ist und sauberes Arbeiten garantiert. Bei herkömmlichen Farbwalzen gelangt die Farbe von außen auf die Walze. Kein Wunder also, dass das spritzt. Beim Taxido-Painting-System dagegen kommt die Farbe in die Walze. Hier wird die Farbe verteilt und gelangt dann von innen nach außen auf die Farbwalze. Immer gleichmäßig und genau in der Menge, die gebraucht wird. Mit nur einer einzigen Füllung können Sie so ohne Unterbrechung eine riesige Fläche sauber und gleichmäßig streichen. Ganz einfach und bequem, ohne klicksen und spritzen, ohne lästiges Bücken. Sie bekommen diese große Walze für Wände und Decken und diese spezielle kleine Trimmwalze für schwierige Ecken. Dazu je einen Kurzflurüberzug für glatte und einen Langflurüberzug für strukturierte Oberflächen. Schauen Sie, wie schnell Sie damit streichen. Und das Reinigen ist beim Taxido-Painting-System eine Sache von Sekunden. Den Überzug einfach auswringen und so kann er immer wieder aufs Neue benutzt werden. Zu dem professionellen Malerset gehören auch die Handgriffe für die Farbwalzen, der Trichter, ein Farbmischer sowie dieser nützliche Farbbehälter zum Füllen der Walze. In diesem lassen sich Farbreste luftdicht aufbewahren und er dient ebenso als praktische Ablage für die Farbwalze. Einen Ratgeber mit nützlichen Tipps bekommen Sie ebenfalls dazu. Das komplette Taxido-Painting-System bekommen Sie jetzt bei TV-Shop zu einem sensationell günstigen Preis. Für nur 49,90 plus Versand. Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie gleich anrufen, legen wir Ihrer Bestellung noch diese Teleskopstange dazu, mit der Sie ohne Anstrengung höher oder tiefer liegende Stellen erreichen. Dieses praktische Zubehör sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Aber halt, Sie benötigen natürlich auch noch Pinsel zum Streichen oder Malen. Also legen wir Ihnen als Extra-Bonus noch zwei hochwertige Pinsel dazu. Sie erhalten ein professionelles Maler-Complettset mit exklusivem Zubehör zu einem super günstigen Preis. Und das Beste? Ab sofort erhalten Sie ein wirklich exklusives Zubehör. Sind Sie das lästige Pinselreinigen auch leid? Dann brauchen Sie unbedingt SpinClean, den neuartigen Pinselreiniger, der auf jede Bohrmaschine passt. Mit SpinClean reinigen Sie Ihre Pinsel in Sekundenschnelle. Einfach den Pinsel in den SpinClean stecken und nach wenigen Sekunden ist der Pinsel sauber. Bis runter zum Ansatz ist jede Bauste wie neu. Also worauf warten Sie noch? Bestellen Sie sich jetzt sofort Ihr Taxido-Painting-System und wir packen den exklusiven SpinClean gratis dazu. Rufen Sie jetzt an. Wählen Sie 080 55 60 800. Und Sie erhalten das 14-teilige Taxido-Painting-System für nur 49,90 plus Versand. Mit diesem professionellen Maler-Complettset macht das Renovieren wieder Spaß. Denn jetzt streichen und malen Sie mit System.